Also creepy ist es noch... Aufs Stichwort Ich find's richtig... Was ist das? Hey! Was ist das? Was denn? Was ist das denn? What? What? Also nur, weil ich die jetzt hier abschieße, ne? Das heißt nicht, dass ich nicht gut zu vögeln bin. Ih, was ist das denn? Oh, oh! Da hängt einer! Let's go! Geil! Neuer Follower! Hey! Hübschi! Hey! Ich hab mich nicht erschreckt! Ihr habt euch erschreckt! Wer ist er denn? Hagrid! Hey! Ich kenn' nicht aus dem Harry Potter-Film! Du bist dein... Du bist dein Schatz, weißt du das? Und Papa hat dich ganz so lieb! Papa hat dich so lieb! Und Mama! Mama ist doof! Mama ist doof! Nur Papa ist der beste Weg! Hast du am liebsten Papa! Papa! So! Direkt mal hier geklärt, ne? Wo ganz viele... Runter! Shit! Schon wieder die Hand! No! Shit! Was war das? Pass auf! Wir machen'n Deal! Ich tu dir nichts! Du tust mir nichts, okay? Hat er verstanden? Hat er? Also... Hat er verstanden? Ich habe gesagt... Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Woh! Hey! Na, also der Hellste ist er nicht! Oh! Oh! Das kann er doch nicht machen, Marc. Das kann er doch nicht machen. Du hässlicher, hässlicher, böser, böser, böser Mensch. ich liebe dich über alles du bist mein sonnenlicht du bist du mein sonnenlicht ja alles unter kontrolle mit frauen kenne ich mir aus dann zeig mal was du zu bieten was geht denn jetzt ab let's go ready gut zweite große liebe innerhalb von 24 stunden verloren wieso müssen alle sterben ja das würde ich mich auch mal fragen alle in deiner nähe sterben das ist nicht fair das denken die sich bestimmt auch hört er ist irgendein monster hallo hi ich bin kürzlich verwitwet worden ihr seid so schön du wunderschöne frau hier ist 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 das stück gehirn ich würde ihm gerne in den penis schießen setze aus dem swinger club let's go der ist rechtsträger ja aber rechts ist da ne ist schon klar sorry okay okay ich weiß nicht ob er vorher schon so geguckt hat ich könnte jetzt nachvollziehen dass er so guckt ich könnte es nachempfinden sorry ey ey das war der chat ich hab da nichts mit zu tun ey du darfst nicht den botschafter hassen okay ey 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 auch noch der den meinen penis geschossen haben der hasst mich doch der hasst mich doch das war der chat ich wollte das nicht natürlich der den meinen penis geschossen haben weil ihr das wolltet man und weißt du kuss mal her was laberst du was laberst guck mal dein gesicht schatzi zeig mal dein gesicht Äh, ne, mach mal wieder das Ding vor da vor Ähm, äh, warte mal Nur kurz angucken Ach, ich bin richtig überfressen Und ich bin drauf reingefallen Armer Tortel Weißt du nicht, wohin? Ne, weiß ich nicht Schon wieder? Ach, scheiße No, und seine Reaktion Warum? Warum? Ja Das wächst nach Genau, das wächst nach Ey, guck mal Hier, Medizinstudium YouTube-Tutorial geguckt Arme abhacken Bisschen hier Alkohol drüber Arm nehmen Rankleben Fertig Einfach fertig Hi Oh, du bist ein ganz hübsches Baby Ich hab, Papa hat dich ganz doll lieb Papa hat dich ganz doll lieb Ich habe bereits Namen für sie Bela Daniela Und Cassandra Tick, Trick und Truck hätte ich an der Stelle besser gefunden Aber die Namen waren vielleicht vergeben Da steht er Versteckt sich Das ist wie so ein Kind Weißt du, Kinder verstecken sich ja Machen ja auch so Ja, ja, du siehst mich nicht Und der denkt auch, ich seh den nicht Wo ist er denn? Hm, ich hör dich, aber ich seh dich nicht Hm, weiß nicht, wo du bist Wo könntest du nur sein? Ach, da Hab ich ja gar nicht gesehen Das kommt davor, wenn man mit mir verstecken spielt Ich verliere nie Da sind mehrere Löcher unten Setze aus dem Swingernklopf Hör doch auf, dagegen zu klopfen, Mann Und du willst die mir einfach wegnehmen? Nein Ich nehme, was mir zusteht Okay Was ist das mit dem Kajal? Mit dem Nüksacken Bisschen übertrieben, ne? Man kann sich mal irgendwer um das Kind kümmern Bitte Ich habe auch das Gefühl Dass wir hier die süße Maus mal am Leben lassen, ne? Du tust ja keinem was zu leide Du Schwein, du Oh, böse, ein Feini Komm mal her Komm mal her Oh Ähm Geht's ihr gut oder Oder geht's ihr zu gut Wenn ihr versteht, was ich meine Oh Mann, ey Immer wenn ich kurz davor bin Das ist doch nicht dein Ernst, ey Chat Ey Du Pottsau, Mann Okay, ey Ich habe keinen Bock mehr Warum renne ich denn da jetzt überall mal gegen, ey Und der Gende Hey, 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 hey Oder ist denn noch eins? Put, 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 put Ey, 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 ey Ey, das hat's glaube ich Du hast's verdient zu leben Einer muss ja deinen Freunden davon erzählen, dass ich hier mit nem Messer rumlaufe, wenn sie sich nicht benehmen Kusch, 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 kusch Sag es deinen Freunden, sag Hier läuft der MacEthan rum mit nem Messer Ich will da nicht vorbei Ich will da nicht vorbei Ich denke, dass er abgeht, wenn der Strom angeht Das kann natürlich Ja, toll Ich denke, dass der abgeht, wenn der Strom angeht Scheiße Und das Bett, und das Bett, und das Bett, und das Bett, und das Bett Geh doch da runter, bitte Schimmelt ihm jetzt der Arm ab, oder ist das Matsch? Wow Der muss da sein So ist richtig Nee Doch Doch Und jetzt abspielen Och, ich bin, ich bin, ich bin so schlau Es gibt's gar nicht Oh Spielt nicht, irgendwas stimmt nicht Ja gut, das schneide ich raus Das wird so Das wird so nicht in der Wiederholung zu sehen sein Das wird so Das wird so Das schneiden wir raus Wie sim Das wird so